So, die Trainingstage ist gepackt, denn heute nehme ich euch mal mit. Ein Trainingstag mit mir hier in Belek, in meinem Trainingslager. Da kriegt ihr mal ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, wie es aussieht sowohl hier als auch in meinem Training. Fängt an, wie ihr seht, im Hintergrund mit einem Warm-up-Programm. Und zwar gehe ich erst mal zehn Minuten aufs Fahrrad, strammel mir einen ab, ehe ich mich dann ein bisschen dehne. Von morgen steht ein bisschen Bauch, Beine, Po, Athletik auf dem Programm und danach werden noch ein paar Ballwürfe gemacht. Ich nehme euch mal mit, wünsche euch viel Spaß und denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Kommentiert das Video, liked es. Wenn ihr immer mehr Videos von mir sehen möchtet, drückt auch gerne die Glocke, dann seid ihr immer up-to-date, wenn ich ein neues Video hochlad. So, wie ihr hoffentlich sehen könnt, ich glaube, ich bin warm. Das waren jetzt zehn Minuten auf dem Fahrrad. Fühlt sich an wie 20, weil, wie ihr sehen könnt, hier drin gibt es zwar Fenster, aber die Fenster gehen nicht nach außen, also nicht in die frische Luft. Das heißt, hier kann man nicht lüften. Und durch die Wärme hier, hier drin nicht so schwül, ich glaube, da brauchst du bloß das Fahrrad angucken und schon schwitze. Aber ich bin warm, Körper ist auf Temperatur. Jetzt wird noch viel gedehnt und dann fange ich an mit Bauch, Beine, Po. So, ich glaube, was jedes Mal passiert, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann. Ich habe meine Trinkflasche aufgefüllt, jetzt ist hier meine Tasche nass. Alles nass, nur weil hier dieser blöde Verschluss aufgegangen ist. Jetzt ist der ganze Boden nass, von der Tasche. Scheiße. Passiert im Besten. Scheiße. Scheiße. Woah. John, gibts. Kannst du nicht. Y'all getting slapped on cause you're sleeping in on God. Aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. A lot of blessings pounding up that I ain't even wished for. No, not the world for y'all. I'm like in the fridge door at the crib cutting hits. Nee, er bewegt sich noch. Er ist noch. Er ist noch unter uns. Was? Er walkt noch unter uns. Oh, Training! Ey, der Training, er dehnt sich zumindest mal. Ob man das schon als Training bezeichnen kann? Ja. Ja. Naja. So nach dem kurzweiligen Aufwandbocker fange ich jetzt an mit Allgemeinkrafttraining. Und zwar fange ich jetzt an mit Drehkraft. Ich mache heute ganz easy zwei Übungen. Einmal am Seilzug, wie ihr gleich sehen werdet. Und mit der Langhandelsstange. Und das wird's heute sein. Drei Durchgänge, jeweils zehn Wiederholungen pro Seite. Und dann geht's weiter. So. Das war's mit Drehkraft. Letzt koch beim Rücken. Ey. Schon anstrengend. Trainingslager kommt immer ein. Gefühlt alles doppelt so schwer vor. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil man hier sich hundertprozentig aufs Training fokussiert. Muss sich auch um gar nichts kümmern. Weder ums Essen noch ums Zimmer. Um alles. Wird ja alles gemacht. Wird da als einen reingetragen. Und jetzt geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war jetzt Bauch, Rücken schnell. Zwei Übungen, aber wieder fünf Durchgänge. Dann geht's auch weiter gleich mit Adduktoren, Abduktoren. Jetzt will sich jemand in die Kamera schleichen. Wir machen gleich weiter. Wir machen gleich weiter. Lutz macht mit. Er ist immer stets bemüht. Dieser läuft schon weg. Ich werde es sich heute wieder beweisen. Frage Runde. Was sagt der Coach? Ab. Er sagt nichts, es heißt gut. So, wie heißt es so schön, was man sich im Kopf hat, hab mal den Bein. Jetzt bin ich extra für euch nochmal hochgelaufen aufs Zimmer. Beziehungsweise natürlich mit dem Fahrschuh gefahren. Und hab noch eine frische Batterie reingetan. Sonst hätte ich jetzt die Würfe nicht mehr aufnehmen können. Ich hab nämlich den Extrapack-Batterie nicht mehr angepackt. Aber gut, jetzt ist die Batterie wieder voll. Jetzt laufe ich Richtung Wurfnetze. Und da wird noch ein bisschen geworfen mit dem Ball. Danach heißt es Regeneration. Erstens kälte Becken. So, Lutz, was war es heute? Heute, mein Lieber. Gehen wir mal auf die leichten Gewichte, nehmen die Bälle und machen so ein paar Würfe und geben Vollgas, damit wir endlich mal in die Gänge kommen. Der Sommer ist schon voll im Laufen und wir müssen langsam auch mal in die Gänge kommen. Okay, alles klar. Gut. Alles klar. So, was nur ich sagen, fangen wir mal an. So, erster Durchgang. Es sah ganz gut aus für das, was wir auch gestern schon wieder ganz gut schwer geworfen haben. Seit einem halben Tag her, aber ich bin zufrieden. Für das, dass ich vor vier Wochen noch Corona hatte und sich jetzt bis Ende letzter Woche noch gezogen hat, geht es wieder Step by Step, aber mit großen Schritten voraus, dass man schon wieder an die Feinheiten rangehen kann, glücklicherweise. So, kann es weitergehen auf jeden Fall. Ich freue mich einfach. So, fertig mit der Einheit von heute. Würfe zum Schluss waren ganz gut. Noch ein bisschen mehr das Auge draufwerfen, dass ich von den Beinen her wieder ein bisschen mehr Gas gebe, fühle mich ein bisschen besser dementsprechend auch in die Hüfte treffe im Anlauf. Lange Watte und ein schönes, langes, gestrecktes Stemmbein dann zum Schluss habe. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich fit. Trotz der Allgemeinkraft heute Morgen, haben wir hier mal auch mittel vorgeschoben, dass auch die Beine und die Schulter wieder ein bisschen fitter sind, wenn wir gestern schon Sperr geworfen haben. Ja. Jetzt gehe ich noch ins Kältebecken für die Regeneration und dann freue ich mich noch aufs Mittagessen. Der Magen knurrt langsam schon ein bisschen. Ja, ja, schön. Ich mache ein gutes Gefühl, die engen Spikes wieder rauszuziehen. So, wir haben schnell noch die Badehose angezogen. Jetzt heißt es, wir machen ins Kältebecken gehen, ein bisschen abkühlen und die Muskulatur rengerieren, weil Regeneration is key. Mal schauen, wie lange ich es heute aushalten soll. So, und los geht es in die Kälte. Nice. So, jetzt mal kurz ein bisschen in der Sonne aufhören. So, das waren jetzt 5 Minuten, das reicht für heute. Je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich mal 5 Minuten am Stück, so wie heute, oder 3 mal 1 Minute, 3 mal 2 Minuten, whatever. Ich bin jetzt auch nicht im ganzen Körper rein, weil wir jetzt heute dann doch behauptsächlich auch beinahe viel gemacht haben, die ich dann morgen wieder werfen möchte. Ganzkörper gehe ich wahrscheinlich morgen wieder rein. Der Körper muss ich dann doch wieder dran gewöhnen. Aber wenn man dann schon ein paar Mal ins Kältebecken reingegangen ist, dann kann man auch im ganzen Körper reingehen. War ich gestern schon, aber da habe ich jetzt nicht länger als eine gute Minute ausgehalten. Aber das wird sich dann auch wieder ändern und dann auch wieder mehr werden auf jeden Fall. So, das war's für die Einheit heute. Ich bin schon gleich in meinem Zimmer. Ja, bin sehr zufrieden mit der Einheit heute. Ein bisschen Bauch, Beine, Po, ein paar Ballwürfe und danach noch kurz ins Eisbecken gegangen. Wie ich schon gesagt habe, Regeneration is key. Heute war es nur eine Einheit auf dem Plan. Heute Nachmittag lassen wir mal die Säde baumeln, gehen mal an den Strand, ein bisschen Sonne tanken, mal ins Meer reinspringen. Ich nehme euch auch gerne mit. Schön. Ich kann euch hier ganz gut abschalten, auf jeden Fall. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Kommentiert das Video, liked es, wenn euch gefallen hat. Dann könnt ihr euch schon aufs Nächste freuen. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auf jeden Fall gleich mit, sobald das Nächste hochgeladen ist. zuvor. z